78. Spielminute, die letzten Sonnenstrahlen verlassener Stadion und Hertha BSC wechselt zweimal aus. Vom Feld geht die Nummer 23, Dennis Kagara und die Nummer 21, Solomon Okoronko, dafür neu im Spiel. Die Nummer 15, Sascha Bigalke und die Nummer 43, Justin Gerner. Justin! 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 Jedenfalls ausgewechselt, unser BFC Dynamo, nicht mehr im Spiel. Der Spieler mit der Nummer 13, Jeff Kaiser, neu im Spiel. Der Spieler mit der Nummer 18, Max Gerhard.